61 Ordinalzahlen 1. Januar Der erste Monat ist der Januar. 2. Februar 3. März 4. April Der vierte Monat ist der April. 5. Mai Der fünfte Monat ist der Mai. 6. Mai Der sechste Monat ist der Juni. 6 Monate sind ein halbes Jahr. 6 Monate sind ein halbes Jahr. Januar 4. Februar 5. März 4. Januar 5. Februar 5. März 5. April 5. Mai 5. Juni 6. Mai Der siebte Monat ist der Juli. 8. Mai 10. Mai Der achte Monat ist der August. 9. Mai Der neunte Monat ist der September. Der zehnte Monat ist der Oktober. Der zehnte Monat ist der November. Der zwölfte Monat ist der Dezember. Zwölf Monate sind ein Jahr. Juli, August, September. Oktober, November und Dezember. Oktober, November und Dezember. 62 62 Zweiundsechzig Zadавать вопросы 1 Fragen stellen 1 Fragen stellen 1 Ucchid Lernen Lernen Ucchiniki Mnoga ucchat Lernen die Schüler viel? Lernen die Schüler viel? Net Anni ucchat Mala Nein, sie lernen wenig. Nein, sie lernen wenig. Sprach Wac Fragen Fragen Sie oft den Lehrer? Fragen Sie oft den Lehrer? Nein, ich frage ihn nicht oft. Nein, ich frage ihn nicht oft. отвечat antworten 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 Sie bitte antworten Sie bitte ich antworten ich antworte ich antworte ich antworte arbeiten arbeiten Arbeitet er gerade? Ja, er arbeitet gerade. Ja, er arbeitet gerade. kommen Kommen Sie? Ja, wir kommen gleich. Ja, wir kommen gleich. жить wohnen 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 Sie in Berlin? wohnen Sie in Berlin? Ja, ich wohne in Berlin. 63 63 63 2 Fragen stellen 2 2 Fragen stellen 2 3 3 4 4 5 4 4 4 5 5 5 6 6 7 4 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 7 7 6 7 7 7 7 8 8 9 7 8 8 9 9 9 9 10 9 10 10 10 12 12 14 15 15 16 16 15 16 16 17 17 17 18 18 19 20 21 22 23 24 24 24 25 15 25 27 29 27 28 29 29 32 33 Ich habe ein Messer, eine Gabel und einen Löffel. Wo sind Salz und Pfeffer? 64 64 1 Verneinung 1 Ich verstehe das Wort nicht. Ich verstehe den Satz nicht. Ich verstehe die Bedeutung nicht. Ich verstehe die Bedeutung nicht. Uchitel Der Lehrer Der Lehrer Verstehen Sie den Lehrer? Verstehen Sie den Lehrer? Ja, ich verstehe ihn gut. Ja, ich verstehe ihn gut. Ja, ich verstehe sie gut. Ja, ich verstehe sie gut. Leute Die Leute Die Leute Verstehen Sie die Leute? Ja, ich verstehe sie nicht so gut. Nein, ich verstehe sie nicht so gut. Padruga Die Freundin Die Freundin Haben Sie eine Freundin? Haben Sie eine Freundin? Da Ja, ich habe eine. Die Tochter Haben Sie eine Tochter? Nein, ich habe keine. 65 65 Отрицание 2 Verneinung 2 Ist der Ring teuer? Nein, er kostet nur 100 Euro. Aber ich habe nur 50. Aber ich habe nur 50. Bist du schon fertig? Bist du schon fertig? Nein, noch nicht. Nein, noch nicht. Aber gleich bin ich fertig. Möchtest du noch Suppe? Möchtest du noch Suppe? Nein, ich will keine mehr. Nein, ich will keine mehr. Aber noch ein Eis. Aber noch ein Eis. Aber noch ein Eis. Aber noch ein Eis. Ich kenne schon viele Leute. Aber ich kenne schon viele Leute. Aber noch ein Eis. Aber noch ein Eis. Aber ich komme schon am Sonntag zurück. Aber noch ein Eis. Tja, ich komme schon am Sonntag zurück. Tja, dein Mann ist schon alt? Ist deine Tochter schon erwachsen? Nein, sie ist erst siebzehn. Aber sie hat schon einen Freund. Die Tochter schon erwachsen.